Sie sind hier, 10. Dezember 2018, 10.33 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jadon Sanko lässt keinen deutschen Friseur an seine Haare, Urheberrecht, Getty Images, Jadon Sanko hat kein Vertrauen in deutsche Friseure. Deshalb lässt der BVB-Star extra seinen eigenen Haarstylisten aus England einfliegen. Jadon Sanko und seine Haarpracht, eine besondere Beziehung. Der BVB-Jungstar ist sehr kritisch, wenn es um seine Mähne geht. Ich vertraue deutschen Friseuren nicht, gab der 18-Jährige im Gespräch mit der englischen Zeitung mir dazu. Deshalb gehe er hier nicht zum Friseur. Wenn ich eine neue Frisur will, dann lasse ich meinen eigenen Friseur aus England kommen. Champions League, As Monaco, Borussia Dortmund am Dienstag um 21 Uhr im Live-Dicker. Seine Marotte begründete der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund mit Loyalität. Ich habe lieber drei Monate lang keine neue Frisur, als hier zu einem zu gehen. Jadon Sanko vertraut keinem deutschen Friseur. Urheberrecht im Football. Der englische Nationalspieler wechselte im Sommer 2017 zum aktuellen Tabellenführer der Bundesliga und hat bereits fünf Ligatore auf dem Konto. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Sticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia Mia Bis zum nächsten Mal.